Ladies and Gentlemen, ich habe so langsam das Gefühl, als wären wir in einer Zeit angekommen, wo Politiker und Gesetzgeber immer mehr dahinter kommen, was in diesem Neuland-Internet eigentlich passiert. Denn gefühlt vergeht kaum ein Monat, in dem nicht irgendein neuer Gesetzesentwurf vorgelegt wird, der dafür gedacht ist, das Internet weiter und weiter durchzuregulieren. Und diesmal geht es um einen Gesetzesentwurf, der eine Infrastruktur der Zensur schafft unter dem Deckmantel des Urheberrechtsschutzes. Okay, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert. Die Situation ist so, dass am 20. Juni im Rechtsausschuss vom Europäischen Parlament über ein neues Copyright-Gesetz abgestimmt wird, zu Deutsch Urheberrechtsschutzgesetz. Denn das Europäische Parlament würde gerne die 28 unterschiedlichen Copyright-Gesetze der Mitgliedstaaten ein bisschen vereinheitlichen, was ja immer generell eine ganz gute Idee ist. Und in Zeiten des Neulands, wo alles von überall abgerufen werden kann, erst recht. Und Copyright an sich, beziehungsweise Urheberrechtsschutz an sich, ist ja eh was Gutes. Nur wie will man den gewährleisten in Zeiten des Internets, wo auf Plattformen täglich Millionen, Milliarden Beiträge hochgeladen und geteilt werden? Für manche ist die Antwort automatisierte Upload-Filter. Ja, dass eigentlich alles, was so hochgeladen wird, wird halt analysiert mit Text und Video, Audio und Bilderkennung. Und da wird dann schon gecheckt durch eine Maschine, ob das jetzt Urheberrecht verletzt oder nicht. Und wenn es Urheberrecht verletzt, dann wird es gar nicht erst veröffentlicht. Dann taucht es gar nicht mehr auf. Das wird dann wegblockiert und hat niemals stattgefunden, sozusagen. Und genau diese Upload-Filter sind auch vorgesehen in dem Copyright-Gesetzentwurf, über den jetzt am 20. Juni abgestimmt wird. Und sollten diese Upload-Filter wirklich kommen, wäre das mega scheiße. Denn durch solche Upload-Filter würde man sich wirklich eine Infrastruktur der Zensur schaffen. Und ich weiß, dass Zensur so ein Wort ist, das viel zu häufig benutzt wird und dadurch so ein bisschen eigentlich die Wirkung verliert und häufig auch falsch benutzt wird. Aber ich glaube hier schon. Denn man würde so gesetzlich verankern, dass alles, was man auf Social-Media-Seiten oder an sonstigen betroffenen Plattformen hochlädt, dass das erst durch einen Filter muss, der von Regierung und Unternehmen definiert wird. Und das ist keine freie Meinungsäußerung mehr. Ihr müsst euch das mal vorstellen, als wäre es nicht das Internet, was ja sozusagen eine Erweiterung der Kommunikation ist, sondern die direkte Kommunikation. Stellt euch mal vor, euer Mund hätte einen Filter. Ihr könntet nicht mehr alles sagen, was ihr denkt, sondern es muss erst durch einen Filter von Regierung und Unternehmen. Das wäre, das ist crazy, oder? Ich weiß, dass ich das ein bisschen überspitzt formuliere, um meinen Punkt klar zu machen. Und ich will den Gesetzgebern definitiv nicht unterstellen, so einen Upload-Filter einrichten zu wollen, nur um dann im Endeffekt die Bevölkerung zensieren zu können und Dinge zu blocken, die ihnen nicht gefallen. Also ich meine, da könnte natürlich einiges drunter fallen, egal ob Systemkritik oder Fotos von Drogen oder Tipps zur Steuerhinterziehung. Ich glaube ja wirklich, dass die Upload-Filter gedacht sind, um Urheberrechtsschutz gewährleisten zu können. Aber wenn man erstmal so ein System installiert hat, ist die Infrastruktur geschaffen und der nächste Schritt nicht mehr so weit. Und davor habe ich Angst. Aber auch unabhängig von dieser vielleicht unbegründeten Angst, finde ich es höchst bedenklich, dass die Sachen halt schon blockiert werden. Dann gesperrt werden, bevor sie überhaupt jemals online gegangen sind, bevor sie überhaupt ein anderer Mensch jemals zu Gesicht bekommen hat. Denn die Maschinen werden Fehler machen, die Filter werden nicht 100% richtig funktioniert. Wie sollen sie denn auch, wie sollen die Filter erkennen, ob urheberrechtlich gestütztes Material legal oder illegal benutzt wurde? Ja, es gibt sowas wie Parodien, es gibt sowas wie Satire, es gibt sowas wie journalistische Arbeit. Wie soll ein Filter erkennen, ob gerade eine Parodie stattfindet auf etwas oder ob hier eine Urheberrechtsverletzung vorliegt? Außerdem könnten Upload-Filter halt auch unwissentlich, aber auch wissentlich missbraucht werden. Ich finde, YouTube ist ein ganz gutes Beispiel, denn da gibt es sowas ähnliches schon mal. YouTube nennt das das Content-ID-System. Und wenn du Urheber von etwas bist und das auf YouTube hochlädst und sagst, hey YouTube, das ist meins, und jemand anders das klaut und bei sich hochlädt auf seinen YouTube-Channel, dann bekommt halt der Urheber eine Message, kann dann halt darauf reagieren auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das kann aber auch schon mal in die Hose gehen, ja, beispielsweise, das ist halt tatsächlich schon mehrfach vorgekommen, du hast eine Nachrichtensendung, in der Nachrichtensendung kommt ein YouTube-Clip vor. Der Fernsehsender lädt diese Nachrichtensendung aber auch auf YouTube hoch, flaggt das als, hey, das ist meine Nachrichtensendung, und der Typ, der das Ursprungsvideo gemacht hat, das nur in der Nachrichtensendung auftaucht, bekommt dann Ärger. Ja, oder, also das ist jetzt die unwissentliche Art und Weise, davon gibt es schon genug Beispiele, aber dann gibt es auch noch die wissentliche Art und Weise, dass, weil ich einfach aus der Branche komme, weiß ich's, dass Spielefirmen schon mal, also kleine, nicht die großen, aber kleinere schon mal Video-Reviews von, also so Testberichte von ihren Spielen durch das Content-ID-System von YouTube blockiert haben, weil die Testberichte negativ waren, ja. So was ist dann natürlich durch die entsprechenden Medien gegangen und war dann natürlich auch für YouTube schlecht und die arbeiten natürlich auch immer weiter an ihrem System, aber das passiert und das kann halt auch deswegen vor allen Dingen durch die Medien gehen, weil es wenigstens mal online war. Ja, man müsste sich nur mal vorstellen, welche Macht man dann teilweise den entsprechenden Unternehmen gibt, um beispielsweise gerade Negativ-Kampagne zu unterbinden. Es gibt da tausend verschiedene Möglichkeiten, wie die Sachen unwissentlich und wissentlich manipuliert werden könnten und das vor allen Dingen heimlich. Und auch davor habe ich Angst. Vielleicht denkt ihr euch jetzt aber auch, hey, Urheberrechtsverletzung wird ja sowieso erst dann wirklich relevant, wenn es um eine kommerzielle Nutzung geht und ihr teilt eure Memes ja nur auf 9Gag oder Facebook mit euren 304 Freunden oder ihr schaut sowieso nur, aber der eigentliche Kicker von Artikel 13 ist, und darüber wird erstaunlich wenig berichtet, dass die Plattform dadurch zum Verantwortlichen wird. Nicht der Nutzer, der den Kram hochlädt oder die Scheiße verzapft, sondern die Plattform selber. Dadurch wird eigentlich jeder Beitrag zur kommerziellen Nutzung, denn das ist das, wovon die Plattform profitiert. Und das öffnet erst recht die Büchse der Pandora, weil was das alles bedeutet, ist viel zu viel, um es hier in diesem Video noch einzubauen. Dafür versuche ich morgen noch ein extra Video zu machen. Aber das ist auf jeden Fall, das wäre abgefahren. Aber nochmal zurück zum Urheberrechtsschutz. Denn wenn Uploadfilter nicht der richtige Weg sind, meiner Meinung nach, was wäre denn der richtige Weg? Und auch wenn es nicht wirklich meine Aufgabe ist, das zu bestimmen, man soll ja nicht nur meckern. Ja, und ich fürchte, es kommt immer wieder auf die Frage zurück, wie viel Wert man Urheberrechtsschutz im Vergleich zur Meinungsfreiheit gibt. Wie viel mehr Urheberrechtsschutz muss denn gewährleistet werden und das zu welchem Preis? Und ich bin der Meinung, es sollte nichts blockiert werden, bevor es nicht passiert ist. Ja, das heißt, Urheberrechtsinhaber müssten vielleicht schneller informiert werden, wenn eine Urheberrechtsverletzung tatsächlich vorliegt. Solche Systeme existieren bereits wie YouTube, die könnten ausgeweitet werden. Und Plattformen könnten dazu verpflichtet werden, schneller darauf reagieren zu müssen. Aber es darf auf jeden Fall nicht sein, dass Maschinen bestimmen, was wir im Internet von uns geben und was nicht. Falls ihr auch der Meinung seid, könnt ihr beispielsweise an Petitionen teilnehmen, die in der Beschreibung verlinkt sind. Dadurch schickt ihr automatisch eine vorformulierte E-Mail an euren Abgeordneten, in der ihr ihn oder sie darum bittet, gegen Artikel 13 zu stimmen. Aber ich habe mal mit meinem Kumpel Timo Wölken gesprochen, den einige von euch ja sicherlich auch kennen, der auch im Europäischen Parlament sitzt und der heute in einem langen Telefonat mir versucht hat zu erklären, was gerade eigentlich passiert. Und der meinte, diese ganzen, diese Wust an vorformulierten E-Mails mit alledemgleichen Betreff bringen nicht so viel. Also es würde tatsächlich mehr bringen, wenn man selber eine E-Mail formuliert oder sogar anruft. Und eure Abgeordneten findet ihr auch über einen Link in der Beschreibung. Generell wird aber am 20. Juni erstmal vom Rechtsausschuss abgestimmt. Also nicht von allen Abgeordneten vom Europäischen Parlament, sondern nur vom Rechtsausschuss. Und die deutschen Abgeordneten vom Europäischen Parlament, die da drin sitzen, sind sowieso fast alle gegen Artikel 13, was nicht heißt, dass es klar wird am 20. Es ist noch sehr, sehr unklar. Aber nicht alle deutschen Abgeordneten sind gegen Artikel 13. Es gibt eine Ausnahme und das ist Axel Voss, dessen Internetseite auch in der Beschreibung verlinkt ist. Er setzt sich sehr stark für den Artikel 13 rein. Und falls ihr euch bei ihm meldet, um ihm einfach zu sagen, dass ihr dagegen seid oder mit ihm zu diskutieren, dann bitte bleibt zivilisiert, bitte beleidigt ihn nicht und behaltet einfach im Hinterkopf, dass Leute anderer Meinung sein können und ihr beide denkt, ihr hättet recht. Da wird niemand böse sein, sondern man ist einfach von anderen Dingen überzeugt und es wäre jetzt schrecklich, wenn jetzt irgendwelche Beleidigungen auf ihn zukommen. Und abschließend sei noch gesagt, dass das gerade alles auf europäischer Ebene stattfindet. Das heißt, auch wenn unsere aktuelle Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ganz klar stehen hat, man ist gegen Uploadfilter, ist das nicht deren Baustelle. Und unabhängig davon sind die, glaube ich, gerade eh zu beschäftigt, damit sich gegenseitig zu zerfleischen oder sowas. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier befindet euch gerade auf dem Channel Peatsmeet TV. Hier werden auch weiterhin Meinungsvideos kommen, außerdem Vlogs, Reacts, Food-Videos und sonstige Real-Life-Sachen vom Team Peatsmeet. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas mitgeben. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Lasst es mich wissen. Und ich versuche morgen noch ein Video hochzuladen zu dieser ganzen anderen Problematik. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein!